Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Video, was euch beim letzten Mal sehr gut gefallen hat vom Format her. Und zwar ist es ein komplettes Video von PR-Paketen mit Rabattcodes und Informationen zu den einzelnen Produkten. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe das Ganze alphabetisch sortiert, habe hier Timestamps auch drin, weil es sind halt verschiedene Bereiche. Es ist Beauty, es ist Fashion, es ist dekorative Kosmetik, es ist Pflege. Sehr bunt gemischt, ne? Und ja, in der Infobox findest du auch nochmal aufgeführt alle Firmen, alle Rabatte, relevante Links, dies, das und so weiter. Und ja, dieses Video entsteht natürlich in Kooperation mit meinen Kooperationspartnern und es wäre nicht möglich, dieses Video zu drehen, wenn es euch nicht geben würde, meine Community. Und deswegen möchte ich in diesem Video auch wieder was richtig Schönes zurückgeben. Ich habe mir gedacht, ja, neun PR-Partner sind hier drin vertreten, dementsprechend möchte ich gerne neun Pakete in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Das ist dann etwas, was ich selber zusammengestellt habe und diese Pakete könnte ich ja auch nicht packen, wenn ich nicht die Kooperation mit meinen Kooperationspartnern hätte. Und dementsprechend ist es halt einfach eine Win-Win-Win-Situation. So, jetzt geht's ab. Ihr werdet auch immer wieder so Überblendungen sehen, also dass quasi über meinem Gesicht dann auf einmal Sachen erscheinen. Also zum Beispiel Tragebilder, was jetzt im Bereich Fashion ganz gut ist, ne. Denn da habe ich eine Kooperation jetzt mit Armed Angels. Mega cool, das ist nachhaltige Fashion und durch die Reihe Detox Denim haben die auch nochmal das Ganze auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Denn normalerweise wird bei der Herstellung von Jeansstoff extrem viel Wasser, extrem viele Chemikalien verwendet. Ich habe zugeschickt bekommen eine wunderschöne Jeans. Ich habe exakt eine Jeans in meinem Schrank und das hier ist jetzt meine zweite. Ich finde sie sehr, sehr toll. Die sitzt bombastisch wie angegossen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich jetzt dieses wunderschöne Teil mit in meinen Kleiderschrank nehmen kann. Die kann ich 1A zu so vielen Outfits kombinieren. Die kannst du schick kombinieren, die kannst du casual kombinieren. Und zum Casual habe ich tatsächlich auch noch diesen wunderschönen Pullover mitgeschickt bekommen, den ich einfach so cozy finde und wo ich mich extrem drüber freue, den jetzt auch öfters tragen zu können. Und ihr werdet ihn dann auch wahrscheinlich, wenn ich mal einen gemütlichen Tag einlegen möchte, in meinen Insta-Stories sehen oder in meinen Videos. Und ja, natürlich das kleine i-Tüpfelchen sind die Socken. Ich liebe bunte Socken, 1A. Schaut auf jeden Fall auf der Homepage vorbei. Ich habe einen Code mit Claudis Welt. In 15 kannst du bis zum 19.03. 15% sparen. Schau dich gerne auf der Homepage um. Schau dich gerne auf der Homepage um, genau. Und schau mal, ob dir dort auch der Größenfinder die richtige Größe ausspuckt. Denn für mich persönlich war es sehr schwer, die richtige Jeansgröße zu finden. Aber die Jeansgröße, die mir der Größenfinder genannt hat, passt 1A. Als nächstes möchte ich gerne mit euch über Beauty-Made sprechen. Ja, das ist mein Kooperationspartner im Bereich Hautpflege, den ich auch schon eine sehr, sehr lange Zeit an meiner Seite habe. Dort könnt ihr mit Claudi 30 30% Rabatt auf das komplette Sortiment sparen. Ihr könnt euch euer Produkt individuell, euer Produkt, euer Set individuell zusammenstellen im Set-Konfigurator. Ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Die Produkte sind vegan, tierversuchsfrei, ohne PEGs, Parfümstoffe und so weiter. Dementsprechend sage ich euch auch immer wieder, perfekt für meine sehr sensible, sehr trockene Haut geeignet. Und ich habe mir jetzt nochmal das Pretty Eye Set bestellt. Das ist einfach mit dem Augenlifting-Booster und der Hyaluron-Cream-Boost. Wir haben bei dem, ich blende euch hier mal ein, wie ich das anwende, bei dem Augenlifting-Booster ein Phytokomplex mit Vitamin B3, was ja das Niacinamid ist. Und ich bekomme dadurch eine schöne Straffung von meinem Augenlid und von meiner unteren Augenpartie. Meine Augenschatten werden minimiert. Und das kombiniert mit dieser Basiscreme, mit der Hyaluron-Cream-Boost, ist einfach traumhaft. Die ist sehr gut geeignet für meine sensible Haut. Und da kann ich individuell meine Booster, die ich halt gerade einfach benötige, reinmischen. Und für mich als junge Mutti ist das einfach so mit dem Augenlifting-Booster 1A. Da gibt es auch super viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Super viele, drei. Einmal, dass du das halt Mix & Match machst, dass du das als Intensivkur verwendest. Oder als Layering. Und ich persönlich verwende das eigentlich am liebsten als Intensivkur, also den Augenlifting-Booster. Für die extra Portion frische Kick könntest du theoretisch auch noch den Augenlifting-Booster in den Kühlschrank reinstellen. Dann hast du es halt morgens nochmal krasser. Schaut, wie gesagt, gerne auf der Homepage vorbei. Lasst euch da entweder von dem Produktberater beraten, lasst euch inspirieren von den Produkten und den jeweiligen Beschreibungen. Oder auch von der künstlichen Intelligenz, wo ihr einfach ein Foto hochladen könnt, unbearbeitet. Und mit dieser Kamera und nicht mit der Frontkamera, ist klar. Das war ein Reim. Und da einfach mal schauen, welche Produkte euch auch ansprechen. Und mit Claudi30 könnt ihr 30% sparen. Das heißt, nicht nur auf die Einzelprodukte. Ich verlinke euch die Produkte, wie gesagt, auch unten in der Infobox. Sowohl als Sets als auch die Einzelprodukte, weil die könnt ihr natürlich auch einzeln bestellen. Genau. Also auf das Set spart ihr sowieso schon, weil das ein Setpreis ist. Und dann kommt halt nochmal der Rabatt Claudi30 mit 30% runter. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich mag Beauty Mates einfach super gerne und auch tatsächlich die Produkte in meinem Gesicht. Mein Gesicht mag die Produkte und ich vertrage die einfach sehr gut. Deswegen empfehle ich die auch immer wieder. Dann kommen wir zum nächsten Part des Ganzen. Das ist Benefit. Da habe ich auch gerade erst ein Reel abgedreht. Später habe ich auch diesen Look, diesen Look geschminkt, nein, ich habe nur das auf den Augenbrauen verwendet. Denn es gibt ein neues Produkt bei Benefit und zwar dieses Fluff Up Brow Wax. Ihr kennt den 24 Hours Browsetter. Wie rum muss ich denn das jetzt halten? Wo habe ich jetzt welches drauf gemacht? Da ist der 24 Hours Browsetter drauf. Genau, der tackert euch die Augenbrauen fest und hält die Augenbrauen auch wirklich an Ort und Stelle. Ich liebe dieses Produkt. Schon seit Jahren empfehle ich euch das auch immer wieder. Anfangs hatte ich etwas Probleme, das anzuwenden, wusste nicht genau, wie das so funktioniert, habe das echt anfangs ziemlich verkackt. Mittlerweile weiß ich, dass ich halt sehr schnell sein muss, weil das sehr, sehr intensiv antrocknet. Und dann ist es auch wirklich fest, bombenfest. Hält den ganzen Tag. Und das mag ich sehr, sehr gerne an dem 24 Hours Browsetter. Jetzt hat Benefit sich aber gedacht, ja, bombenfest ist ja schön und gut, aber wir möchten etwas Flexibilität mit reinbringen. Denn es gibt ja durchaus Leute, die jetzt nicht Speedy Gonzales-mäßig sich die Augenbrauen machen, sondern die vielleicht ein bisschen länger sich Zeit lassen möchten und gleichzeitig auch noch ein bisschen Flexibilität in den Augenbrauen behalten möchten. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen, weil was fest ist, ist fest. Und da kam jetzt dieses Fluff Up Brow Wax ins Spiel. Und das sieht schon mal hübsch aus von der Verpackung her. Ja, ich habe es auch aufgetragen und mochte das auch ehrlich gesagt gerne leiden. Ich mag es auch jetzt vom Ergebnis gerne leiden. Das ist vom Finish her auch etwas matter. Also hier hast du bei dem 24 Hours Browsetter so einen leichten Glanz in der Augenbraue mit drin. Einfach, ich weiß nicht warum, wegen dem Produkt halt einfach. Und das hier ist wirklich matt. Und ja, finde ich persönlich aber auch schön. Mag ich gerne leiden, hält meine Augenbrauen auch schön fest. Ich habe jetzt vor einigen Stunden tatsächlich das drauf gemacht. und mir gefällt es, was ich so sehe. Schaut, wie gesagt, gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich euch das auch soweit verlinkt, zu Benefit selber. Und dann könnt ihr mal schauen, falls ihr Bock habt, euch das Produkt einfach mal anzuschauen. Dann habe ich jetzt meinen wundervollen Kooperationspartner Dalton. Habe ich ab heute bis nächste Woche Sonntag, das ist der 26.2. einen Code. Beauty Claudi, damit kannst du 20% auf das komplette Sortiment sparen. Ja, mein Spruch, das Leben kommt aus dem Meer. Du bist Leben, ich bin Leben. Wir kommen alle irgendwie aus dem Meer. Halt jetzt nicht so ich selber, Meerjungfrau, tada, hier bin ich. Sondern halt das Leben an sich. Auf jeden Fall heißt es halt einfach, dass die Inhaltsstoffe von Meereskosmetik super geeignet sind für Lebewesen einfach. Unsere Zellen sind sehr verwandt mit dem, was im Meer drin ist. Mit Plankton, mit Austern, was auch immer. Richtig krass. Die haben Pflege fürs Gesicht, für den Körper und auch super schöne Spa-at-home-Produkte. Und jetzt diesen Monat hat Dalton auch neue Ampullen-Sets gelauncht. Und diese Ampullen-Sets sind aktuell 20% reduziert. Mein Rabattcode Beauty Claudi mit 20% Rabatt gilt auch noch on top. Also ihr bekommt 20% rabattiert vom normalen Preis. Und dann nochmal 20% runter mit Beauty Claudi. Das ist fast geschenkt, Leute. Und hier habe ich dann einmal die vier Sets, die ich euch dann auch wahrscheinlich im Laufe der kommenden Woche etwas visueller vorstellen werde. Hier habe ich sie jetzt einfach mal da. Das ist jetzt ja auch erstmal der Haul. Da fange ich mal an mit dem Flawless Skin Set. Hello Flawless Skin. Ebenmäßige, mattierte Haut. Und das ist einmal dieses hier. Hier drin enthalten haben wir dreimal die Multitasking Ampulle und zweimal die No Filter Needed Ampulle. Dann habe ich das Get the Energy Set. Belebt müde Haut. Das ist mit dreimal der Q10 Ampulle und zweimal der Oh My Blush Ampulle. Dann habe ich hier die Bye Bye Wrinkles Marine Anti-Aging Power Set Geschichte. Hier haben wir zweimal die Hochzeits Ampulle drin. Die Caviar Deluxe, was meine absolute Lieblings Ampulle ist. Dann zweimal die Anti-Falten Ampulle und einmal die Marinen Stammzellen C Ampulle. Das ist ein ganz, ganz cooles Set, was ich auch eigentlich als mein Lieblings Set sehen würde. Obwohl meine Haut eigentlich am allermeisten das Oh Hey Hydration Set brauchen würde mit intensiven Feuchtigkeitsboost. Hier haben wir drin die zweimal Anti-Aging Ampulle. Die Sleeping Beauty Ampulle, die so ein bisschen ölig unterwegs ist mit zwei Phasen. Und die Stressless Ampulle ist auch einmal hier drin vertreten. Das sind jetzt die vier Ampullen Sets, wo ihr gerne mal in der Infobox vorbeischauen könnt. Und dann noch zusätzlich zu dem jeweils reduzierten Einstiegspreis, den diese Ampullen Sets nun mal haben, Künterhund, richtig schön, die 20% mit Beauty Cloudy sparen könnt. Ich finde es toll. Und ihr könnt auf alles andere halt auch 20% sparen. Und ihr könnt auch auf die Make-Up-Produkte sparen, was sehr, sehr geil ist. Ich habe euch letztens auch mal ein Reel abgedreht. Da habe ich euch auch den Bronzer, den flüssigen Bronzer und den Blush gezeigt. Kann ich euch mal im i verlinken. Nicht ein Reel, Quatsch, ein Short. Wir sind auf YouTube, genau. Auch mega cool. Also die kompletten Nähprodukte sind halt auch mit in meinem Rabatt, mit in Begriffen. So, ne? So viel dazu. Infobox, schaut gerne rein. Als nächstes habe ich einen Kooperationspartner, den ihr tatsächlich schon von vor einem Jahr ungefähr kennen könntet. Und zwar ist es FlexiSpot. Dort habe ich einen höhenverstellbaren Schreibtisch letztes Jahr bekommen. Ich sitze halt die ganze Zeit wie eine Schildkröte rum. Und es ist einfach genial, wenn du mal die Möglichkeit hast, animiert zu werden, aufzustehen. Und diese Schreibtische sind wirklich super. Das ist so smooth. Und jetzt hat FlexiSpot gesagt, Mensch, Claudia, es hat letztes Jahr so gut funktioniert. Wollen wir nicht nochmal zusammenarbeiten? Und ich habe jetzt keinen expliziten Rabattcode, aber die haben aktuell, so wie ich das gesehen habe, Winterschlussverkauf. Schaut gerne mal auf der Homepage vorbei. Alles in der Infobox verlinkt. Ich habe jetzt nämlich noch zwei Dinge dazu bekommen. Zum einen für die Zeit, wo ich dann wirklich am Schreibtisch sitze, einen wunderschönen Schreibtischstuhl, den ich so gut finde. Der rollt so sanft. Und ich hatte vorher einen, der so knackte immer. Ich hatte mal, dass sie mir auseinanderbrechen. Was ich halt auch noch zusätzlich bekommen habe, ist eine Bildschirmhalterung. Du kannst den Bildschirm da super dran montieren. Und das geht so sanft und so schön, dass du diesen Bildschirm jetzt bewegen kannst. Der ist echt sehr sicher an dem Schreibtisch auch montiert und richtig genial. Also schaut euch gerne dort in dem Online-Shop einfach mal um. FlexiSpot hat definitiv sehr, sehr spannende Produkte im Sortiment, aber halt auch Produkte, die relativ basic dann für uns auch in der Nutzung sind. Als nächstes habe ich was zugeschickt bekommen von Judith Williams. Richtig cool, Leute. Da habe ich hier dieses wunderschöne Verpackungsdesign. Das ist so zum Valentinstag. Oh mein Gott, Leute. Einmal habe ich hier die Nummer 465 von dem Judith's Boost Lipstick. Den kann ich mir auch gut vorstellen zu so einem schönen Valentinstags-Make-up. Sehr romantisch, sehr verspielt. Dann habe ich ja noch einen passenden Lip Liner drin. Ah, schön. Das ist einer zum Hochdrehen. Das mag ich ja gerne leiden. Und die Farbe passt auch mal 1A zum Lippenstift. Richtig cool. Fühlt sich sehr, sehr cremig beim Auftrag an. Und dann habe ich als drittes Lippenprodukt den Plumping Lip Gloss Volumen Shiny Finish und Feuchtigkeit. Ihr könnt die Produkte übrigens bei DM kaufen. Sowohl online als auch im Laden. Dann habe ich hier... Ah, deswegen ist es auch so tief, weil die Verpackung so tief ist. Okay. Das Parfum drin enthalten. Ich meine, dass ich das sogar mal verschenkt habe. Beautiful Powerful You. Das soll man eigentlich nicht machen, aber ich mache es so gerne einfach auch in die Haare. Es ist sehr weiblich, sehr feminin, aber nicht so aufdringlich. Und ich finde den Duft angenehm. Den mag ich sehr gerne leiden. Und als letztes habe ich hier noch einen, ja, Gouache Haarstein drin. Vielen, vielen Dank an Judith Williams und das Team von Judith Williams für die Zusendung von dem Paket. Als nächstes habe ich hier so ein bisschen was von L'Oreal zugeschickt bekommen. Ich bin in so einem Programm drin. Das ist so eine Homepage, da konnte ich mich anmelden. Da hatte L'Oreal mir einen Link zugeschickt. L'Orealista. Und da habe ich mir echt einiges mal, ja, gestellt, sage ich jetzt mal. Ein neues Haarset, dieses Hydro Set, das habe ich euch auch schon in meiner, äh, bei Instagram gezeigt. Genau, kann ich euch auch hier mal ein Bild so einblenden. Das verwende ich auch aktuell. Ich finde das sehr schön. Es macht auch meine Haare sehr gut. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das vielleicht sogar zu Feuchtigkeit spenden, zu schwer für meine Haare finde. L'Oreal bzw. L'Oreal El Vital macht halt schöne Haarprodukte und da möchte ich mich gerne durchtesten. Deswegen habe ich dort einmal dieses Set bestellt, was ich da schon jetzt so ein bisschen in Anwendung habe. Und ich habe mir auch das, äh, L'Oreal El Vital Dream Length Set bestellt. Oh ja, das riecht so gut. Also ich hatte auf jeden Fall schon Shampoo und Spülung davon jetzt letztens erst noch in Anwendung. Ihr fragt mich immer mehr danach, dass ich auch, ähm, vermehrt in der Drogerie Pflege austeste. Here we are, bei Haarpflege versuche ich das jetzt mal mit L'Oreal. Mal gucken, ob da zu viele Höhungen mit uns beiden. Ähm, dann habe ich auch noch einiges an dekorativer Kosmetik hier. Da habe ich, äh, einmal hier so Blushes aus der Aged Perfect Reihe. Das sind diese beiden, also auch unterschiedliche Farben. Das war halt ein großes Paket, was man da auswählen konnte. Ähm, dann auch Mascaren habe ich mir ausgesucht und Lippenprodukte. Was ich vor allem halt auch bei den Mascarengruppen oder Mascaras probieren wollte. Wo ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied, ne? Weil die haben ja so viele im Sortiment. So, was habt ihr denn noch alle hier drin? Lippis ohne Ende, ich sag's euch. Und dann noch zwei von diesen Cream Eyeshadows habe ich hier mit am Start. Also, ich habe da allerhand zu testen, auszuprobieren, euch zu zeigen. Und dafür habe ich mir das auch bestellt, ne? Einfach, um euch da so ein bisschen was präsentieren zu können. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wir sollen jetzt ja Shorts machen, dann habe ich ja etwas mehr Kapazitäten. Das heißt, jeden Tag noch ein weiteres Video, was ihr dann von mir seht, was ein bisschen kürzer ist. Als nächstes zeige ich euch gerne etwas, äh, ja, von der Drogerie kommen wir wieder zu etwas höherpreisigem. Etwas. Und zwar Schmuck. Ihr seht jetzt schon, ähm, das ein oder andere Mal eben die beiden Produkte von MeinPunkt an mir. Das ist einmal diese wunderschöne Kette. Ein Traum. Ich blende euch da auch mal was Close-Up-mäßiges zu ein. Und dann noch diese extrem schlicht, schönen, eleganten, hochwertigen Ohrringe. Ich habe leider keinen Rabattcode. Das ist bei MeinPunkt ein bisschen anders. Was auf jeden Fall gültig ist, ist mein Affiliate-Code. Das heißt, ähm, ich verdiene darüber eine Provision. Claudi223. Da bekommt ihr weltweit die Produkte versandkostenfrei nach Hause geliefert. Also meine Mama hat das auch letztens gesehen, als sie bei mir war. Und, ähm, fand die Kette auch richtig schön. Die Ohrringe fand sie fantastisch. Und, ähm, man sieht halt einfach, dass das sehr edler, echter Schmuck ist und kein Modeschmuck, ne. Das ist halt ein bisschen was anderes. Aber ich finde halt, die beiden Teile, die ich jetzt hier zum Beispiel trage, also die Kette und auch die Ohrringe, das sind einfach Sachen, die kann ich, egal mit welchem Alter, egal zu welcher Zeit, zu welchem Anlass, immer tragen. Die haben, ähm, Produkte in, äh, Silberfarben, Goldfarben und Rosé-Goldfarben. Wenn ihr mögt, gerne einfach mal in der Infobox vorbeischauen, bei mein. vorbeischauen und euch dort vom Schmuck inspirieren lassen. Kommen wir zu guter Letzt, äh, zu einem weiteren Kooperationspartner von mir, den wir alle sehr gut kennen. Und zwar ist es Purish. Dieser Online-Shop ist einfach gigantisch, denn die haben einen mega Valentinstag-Sale rausgehauen. Und ich hatte zum gleichen Zeitpunkt auch noch einen 20%-Code. Das war mega geil. Also es war für euch mega geil. Ihr habt den Laden leer gekauft. Es war für mich mega geil. Ich habe zweimal selbst mit meinem Code dort selber bestellt. So seht ihr in einem anderen Haul-Video, was ich mir selber dort gekauft habe. Ich habe aber zwei Sachen noch zugeschickt bekommen, tatsächlich, die ich euch auch schon präsentiert habe, beziehungsweise das hier, glaube ich, noch nicht. Das muss ich noch präsentieren. Das ist von Danisa Myricks Beauty, das Infinite Chrome Holiday Kit. Es ist nämlich eigentlich eher so das, ja, Set zum, hey, zum Abfallen hier, was ist da denn hier? Zum, wie heißt das, Weihnachten, ne? Ja, und das ist so cool. Also diese Infinite Chrome Flakes, ne, dieses hier, das habe ich ja schon öfters mal in Anwendung gehabt und euch auch gezeigt, gibt es ja auch in der Pressed-Form, in der Lightwork-Palette, die ich euch auch präsentiert habe, auch in dem Video, was ich euch im i verlinke, zu den Purish-Favoriten. Hier habe ich jetzt aber noch eine weitere Farbe und das ist jetzt meine zweite Farbe oder dritte Farbe? Dritte Farbe, genau. Die Farbe Disco. Oh mein Gott, das sieht auch so schön aus, weil das ist so ein richtig heller Ton. Und es ist für mich etwas, was ich einfach liebe. Also ich mag es, mit Make-up zu spielen, so verschiedene Texturen zu verwenden und, ne, so zu kombinieren und so Spaß damit zu haben. Also es ist, ich mag das einfach, sonst wäre es halt auch nicht meine Leidenschaft hier, ne? Und sowas hilft einem dabei. Und mit in diesem Set drin ist halt die Twin Flames, die habe ich noch gar nicht ausprobiert, habe ich bei Contra Junkie aber schon öfters gesehen. Das ist jetzt die Farbe VIP. Und die kannst du natürlich mit den Chrome Flakes kombinieren und dann hast du so einen krassen Flip-Flop-Lack auf deinen Augen drauf. Das ist wahnsinnig cool. Und von Linda Horvig von N.H. Cosmetics, die Blomma-Palette, die habe ich euch ja intensiv gezeigt. Also da habe ich ja Shorts und Reels und Fasse nicht gesehen zugedreht. Ich kann euch auch gleich mal einen Reel, ach Quatsch, einen Reelen-Short im i verlinken, wo ich die auch geswatcht habe. Ich glaube, ich mochte die richtig, richtig gerne in der Anwendung und bin sehr froh, dass sie auch in meiner Sammlung ist. Und mit dieser Palette endet auch dieses Video. Ähm, Wahnsinn, oder? Wenn es euch hier gefallen hat, dann lasst mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!